Ich bin Fred, ich bin für zwei Wochen Praktikant auf der Voxier 5 und ich darf jetzt heute zum zweiten Mal mit steuern. Wir sind jetzt auf dem Weg die Elbe runter zur Marco Polo, dem zurzeit größten Containerschiff der Welt. Ich bin als Praktikant, als Schiffmechaniker hier mit an Bord und die letzten Tage waren jetzt vier Einsätze, also vier Jobs zu fahren und sonst relativ viel. Also Spleißen haben wir gemacht, wir haben Tagelingen gemacht und heute haben wir kurz die Decke waschen. Und das ist für mich so ein bisschen schon so der nächste Schritt zu dem was ich machen will, ich will zur See fahren. So oft wie es geht, bin ich eigentlich auf dem Wasser. Abonniert, ich bin so happy, wir sind jetzt schön schön hier inui. Ich bin so happy und schnappt. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.